Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In heute im Video geht es um das Thema Nike Dunks. Los geht's! So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um das Thema Nike Dunks. Und in diesem Video will ich gerne mal über meine Dunks reden, ein bisschen Unterschiede. Ich habe auch ein neues paar Dunks dabei. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Aber generell, das Thema Dunk ist gerade, oder ich sage mal so die letzten paar Jahre sehr im Hype, ist eigentlich ein Schuh aus den 80er Jahren. Quasi ein Basketballschuh, der für die College-Mannschaften in verschiedenen Farben verfügbar war. Es gibt ziemlich, ziemlich coole YouTube-Videos darüber von Nike selber. Die verlinke ich unten in meiner Infobox. Da könnt ihr so die Historie etc. euch mal reinziehen. Dann ist der Schuh so ein bisschen in die Skater-Richtung gegangen. Dann wurden auch Nike SB Dunks quasi released. Die sind so eine dickere, wie sagt man, so eine dickere Lasche haben etc. So ein bisschen mehr für Skaten etc. Auf jeden Fall, der Schuh hat eine sehr, sehr coole Historie. Und generell, ich mag den Schuh extrem gerne. Ich habe mein erstes Paar 2016 geholt und dann eine ganze Zeit lang gar nicht getragen. Und ich sage mal so, in den letzten Jahr, anderthalb Jahren, habe ich das ganze Thema Nike Dunks wieder für mich so entdeckt. Und ich trage die aktuell sogar sehr, sehr gerne. Sie sind quasi mit zu meiner Daily-Beater geworden, meine täglichen Schuh, die ich trage. Und dementsprechend habe ich mir auch eine Kleinigkeit einfallen lassen, für mich mal ein bisschen was Exklusives zu holen. Und ja, ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Deswegen fangen wir einfach mal an mit meinem ersten Paar Nike Dunks. So Leute, mein erstes Paar Nike Dunks, was ich habe, ist der Oatmeal, nennt sich der so ein beige-weißer Colorway. Der Schuh ist von 2016, ist ein Nike Dunk Low. Es gibt generelle Unterschiede zwischen Nike Dunk Low, Nike Dunk High, Nike SB Dunk. Und dann gibt es noch verschiedene Unter-, Sondermodelle etc., Kollaborationen etc. Also wirklich der Nike Dunk ist gerade ein sehr, sehr angesagter Schuh. Und ja, das ist so quasi mit, das war eigentlich mein erster Nike Dunk. Ich trage den wirklich noch sehr, sehr häufig. Eher so ein sommerlicher Schuh, allein schon wegen der Farbgebung. Und ich bin generell eher so der Fan von der Low-Silhouette. Der eine oder andere mag vielleicht gerne die High-Silhouette. Aber man merkt, der Schuh ist sehr robust, sehr dickes Leder, auch von innen drin sehr angenehm zu tragen. Drückt nicht, unheimlich gut, wie mit den meisten Schuhen, muss man den so ein bisschen eintragen. Aber ich kann euch sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Es gibt auch sehr coole Reseller zu diesen ganzen Dingern, ganzen Schuhthema. Ich verlinke euch mal gerne unten einen in der Infobox, der meiner Meinung nach mit die coolsten Nike Dunkes im Angebot hat. Also das ist ein Angebot, also Resellt, auch so altere Vintage-Modelle, wie ich die jetzt hier habe. Und da kann man gerne mal reinschauen. Das ganze Thema ist super gefragt, auch wenn Nike dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele Nike Dunkes rausgebracht hat. Diese Dinger sind immer ratzfurtz ausverkauft. Auch ich habe mir dieses Jahr neue Modelle geholt. Wie gesagt, 2016. Wenn wir jetzt mal das erste Modell, was ich mir dieses Jahr geholt habe, dazunehmen, war es, dass der Vast Grey der Nike Dunk High. Seht ihr im ersten Moment, wenn ihr die Schuhe nebeneinander stehen habt, einen riesigen Unterschied. Die Qualität von den Modellen, die dieses Jahr rausgekommen sind, ist einfach anders. Ich sage mal, auch die Modelle, die es letztes Jahr gab, im Vergleich zu diesem Jahr, ist einfach qualitativ. Der Schuh ist einfach ein bisschen billiger gemacht worden, ein bisschen mehr für die breite Masse. Generell wäre der Schuh mal sehr hochwertig, so robust. Hier ist er sehr anfällig für Knittergungen, also der knittert relativ schnell. Ist einfach ein bisschen anders gewählt, anders von den Materialien, ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen günstiger gemacht worden. Nichtsdestotrotz, super schöner Schuh und man immer noch bequem etc. Aber es ist natürlich schade, dass Nike in die Richtung gegangen ist und das Ganze so ein bisschen von der Qualität gemindert hat, meiner Meinung nach. Dann bin ich wahrscheinlich auch nicht mit der Einzige, der das sagt. Wenn man die Schuhe nämlich miteinander vergleicht, ist das auf jeden Fall schon ein erheber Qualitätsunterschied. Aber trotzdem ein sehr, sehr nicer Schuh und super exklusiv. Meistens ist es dieses Jahr so, wenn die Schuhe rauskommen, wie schon gesagt, sind die relativ schnell ausverkauft. Die kosten immer so um die 100 Euro. Dann kriegt ihr die immer beim Resellern so um die 200, 250 Euro. Könnt ihr die auf jeden Fall euch kaufen. Es gibt dieses Jahr noch ein paar Colorways, auf die ich selber auch warte. Quasi diesen Colorway nochmal in Low. Quasi das Pendantstück in Low. Finde ich sehr, sehr nice. Der soll auch bald erscheinen. Ich habe leider noch kein genaues Release-Datum. Und dann habe ich zum Beispiel hier auch den, ja quasi, ist jetzt kein Cookie & Cream, also im Prinzip kein schwarz-weiß. Der ist ein bisschen anders. Ich glaube Panda oder sowas heißt das. Aber also wie ihr seht, ist der ganze simple schwarz-weiße Schuh. Und wenn man den jetzt zum Beispiel miteinander vergleicht, man merkt wirklich, dass dementsprechend ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Aber trotzdem, das ist so quasi auch aktuell mein Daily-Beater zu schwarzen Jeans, Chinos, verschiedene Stilrichtungen. Kann ich den super cool kombinieren, super bequem und ist mir auch egal, wenn ich den runterrocke. Ist einfach ein nicer Schuh und gerade trage ich den unheimlich gerne. Das ist so quasi, ja, einer meiner Lieblingsschuhe aktuell. So, jetzt kommen wir noch zu dem Thema, was ich euch empfehlen würde, was es immer wieder gibt. Ich sage mal, einmal im Monat, alle anderthalb Monate kommt das immer wieder rein. Es gibt verschiedene Apps, wo ihr da auf dem Laufen gehalten werdet. Zum Beispiel die Sneaker Addicted App. Das ist jetzt keine Kooperation oder sonstiges an der Stelle, sondern einfach nur eine Empfehlung. Da könnt ihr euch Benachrichtigungen einstellen. Und dann werdet ihr darüber benachrichtigt, wenn der Nike dank Buy You wieder rauskommt. Und genau in den Schuh soll es jetzt gerade gehen, denn ich habe mir einen gekauft. Und zwar hier, wenn ihr hinguckt, da steht auch drauf, Nike dank Buy Sandro. Also im Prinzip mein eigener Colorway. Was ich bei dem Schuh gemacht habe, ist im Prinzip, ich habe mir diese Neutral Grey Variante selber erstellt. Ich habe den Schuh sehr, sehr clean gehalten. Ich habe nur, ich sage mal, der Swoosh und hinten das Logo in diesem Suit Grau Variante gelassen. Normalerweise bei den Neutral Grey Varianten ist dann unten nochmal die untere Sohle. Man hat die untere Sohle nochmal aufgeteilt. Auch nochmal in diesem grauen Colorway. Aber in dem Fall konnte man das nicht auswählen. Ist ein sehr, sehr schöner, cleaner Schuh. Und ich muss sagen, für, ich glaube, 120 Euro auf jeden Fall super vertretbar. Kann ich jedem nur empfehlen. Und hier muss ich wiederum sagen, die Lederqualität, die Verarbeitung etc. ist wieder auf dem Oldschool-Level. Kann ich euch wirklich empfehlen, einen Nike Dunk Buy You quasi, euch selber zu generieren. Da sind natürlich verschiedene Farbcombos, verschiedene Möglichkeiten möglich. Und ja, ich muss sagen, sehr, sehr nicer Schuh. Bin super zufrieden damit. Wie gesagt, dieser cleane Silhouette, extrem nice. Gerade im Sommer kann ich mir den extrem gut vorstellen, mit verschiedenen Sachen zu kombinieren. Ich sage mal, weiße Sneaker sind sowieso immer im Trend. Ist natürlich immer sehr gefährlich. Aber ich muss nicht lange darüber reden, denn jeder hat im Prinzip weiße Sneaker am Start. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr wirklich wieder einen qualitativ hochwertigen Nike Dunk aus diesem Jahr haben wollt. Dann geht auf die Nike Dunk Buy You Variante. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Unterschied zu den normalen Colorways, die einfach nur rauskommen. Kann ich jedem nur empfehlen, auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Fitpicks, wie ich die ganzen Sachen, wie die ganzen Schuhe, ich sage mal, angezogen und im Detail aussehen. Wie gesagt, das ist so das Thema Nike Dunk's. Damit müsst ihr einfach quasi dieses Jahr auf jeden Fall mit so ein bisschen mit rechnen, wenn ihr euch welche kauft. Und die Colorways, die hier rauskommen, sind alle sehr, sehr nice. Aber die Qualität, wie gesagt, ist im Vergleich zu den letzten Jahren so ein bisschen runtergesetzt worden. Nichts Schlimmes, aber im Vergleich ist es halt einfach ein bisschen anders. Und trotzdem ein sehr, sehr nicer, schöner Schuh. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe, denn es sind aktuell wirklich so mit meine Lieblingsschuhe, die ich aktuell gerne trage. Und neben den Jordans einfach so meine Nike Silhouette, die ich ab und zu immer wieder trage. Wenn ich nicht, ich sage mal, auch andere Schuhe trage. Wie gesagt, jetzt noch mal ein paar kleine Einblendungen, wie das Ganze fittelt. Ich hoffe, ihr habt das Ganze gefallen. Wie gesagt, eine dicke Empfehlung. Nike Dunk by You. Generell auch die normalen Schuhe. Und wenn ihr Vintage bzw. ältere Modelle haben wollt, checkt die Seite ab. Der liebe Sneaker, denn hat sowas zum Beispiel immer am Start. Das ist wirklich eine dicke Empfehlung. Soll ein cooler Dude sein. Und dementsprechend checkt auch seine Seite ab. Der kriegt hier sowas wirklich immer wieder geupdatet. Dann müsst ihr vielleicht eben auch auf Instagram folgen. Und ja, dementsprechend. Das war es an der Stelle mit dem Tega. Nike, thanks bei Sandro. Peace Leute. Ciao. Peace Leute. Bis zum nächsten Mal.